Parker, ich studiere das Sicherheitssystem. Es ist eine Sicherheitskarte, die du passen musst, um den K-Pax-Lab zu erreichen. Der Medikallab-Administrator sollte ein Pass-Card haben. Sein Office ist in der Mitte des Komplexes. Ach ja, ich habe noch was vergessen. Noch ein Satz. Ah, ich habe noch was vergessen. Okay. Darf ich zu der hin? Okay. Was tue ich jetzt? Hm. Ja, ich muss trotzdem durch. Das ging schnell. Parker, ich studiere das Sicherheitssystem. Oh Gott. Es ist eine Sicherheitskarte, die du passen musst, um den K-Pax-Lab zu erreichen. Der Medikallab-Administrator sollte ein Pass-Card haben. Sein Office ist im Mitte des Komplexes. Der Administrator ist sehr beschäftigt. Oh, okay. Okay. Ich muss aber trotzdem durch. Ah! Wieso hat das... Wie hat das denn jetzt nicht getroffen? Oh. Wieso bewegst du dich denn direkt? Okay. Andere Idee. Die Idee hier gefällt mir besser. Kurz nachladen. Jetzt kommt einer. Drei. Haha, ich habe euch gepankt. Gar nicht drei. Geh weg. Die Tür bleibt offen. Hä? Okay, ich habe... Also, da ist so Blut an seinem Kopf dran gewesen. Parker, ich habe studiert in dem Lab-Security-System. Es ist eine Sicherheit, die du passen musst, um den K-Pax-Lab zu erreichen. Wie ich einfach dem Herd gegeben habe. Und das war dem scheißegal. What the fuck? Die ignorieren das einfach alle. Danke. Ah! Komm doch mal um die Ecke. Das ist eigentlich echt gut in dem... What the fuck? Könnt ihr aufhören, euch die ganze Zeit zu ducken? Oh, shit. Wieso lagts die ganze Zeit? Wieso sagst du, ich gewinne und dann schießt du weiter? Wieso lagts? What the fuck? Das hatte ich schon mal am Anfang von einer Aufnahme. Jetzt ist es wieder. Ja, ja. Und jetzt... What the fuck? Warum halten die so viel aus? Warum lagts? Ach, Mann. Das ist jetzt schon wert zu speichern. Wie? Was ist das? Additional units. Moment. Ich nehme mir mal noch auf. Oh. Okay. Dann schneide ich das halt raus. Ich kann dich nicht mehr heilen. Ich kann dich nicht mehr heilen. Ich bin mehr heilen. Ich bin mehr heilen. Ich bin mehr heilen. Ich bin mehr heilen. Würdest du einen Lollipop? Würdest du einen Lollipop? Ich kann dich nicht mehr heilen. Ich kann dich nicht mehr heilen. Keine mehr heilen. Meine heilen sind alle weg. Geh find einen Doktor. Vielleicht kann jemanden helfen. Meine Medikation ist leer. Sorry. Ich kann dich nicht mehr heilen. Geh find einen Doktor. Ich bin aus der Medikationen. Ich kann dich nicht mehr heilen. Keine mehr heilen. Meine Doktor sind alle weg. Ich kann mich nicht mehr heilen. Vielleicht kann jemanden helfen. Ich kann dich nicht mehr heilen. Meine Medikation ist leer. Keine mehr heilen. Okay. Gut zu wissen. Ich würde einfach nur mal schauen, ob ich den ihre Töne überleppen lassen kann. Oh mein Gott, eine Kaffeemaschine. Ich trinke keinen Kaffee. Das Bild kenne ich. What the fuck? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ah. Keycard picked up. Dem geht's gut. Oh ja, er kann mich gerade nicht sprechen. Er ist sehr beschäftigt. Sehr beschäftigt. Atmen kann schon schwer sein. Hilfe! Hilfe! Ach, die Olle hat immer noch Probleme mit mir, wa? Ach stimmt, hier ist neu. Jetzt darf ich doch bestimmt wieder Waffen bekommen, oder? Soll ich speichern? Nein. War doch easy. Yes, speichern wir. Äh. Oh Gott, jetzt habe ich glaube ich entfernen gedrückt. Was passiert, wenn ich jetzt so mache? Kann ich hier mitten rein? Nee. Okay, muss ich später herausfinden, ob ich jetzt eine Tastatur aktiviert habe, die meine Tastatur feiern hat. LP10. Save. Game saved. Okay. 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 Yo. Moment. Moment. Nee. Moosrad is nix. Magic. Wow. Der ist schnell. Der hätte ich ja Angst. Ah, Pink. Setz genau mein Color. Kann er? Ach Mann, das stört mich wirklich. Ich muss sagen, das Spiel ist für 2001 Verhältnisse so geil. Und dann funktioniert diese Waffe nicht. Das ist für mich die Waffe, die akkurat zielen sollte und die bei einem Header einen Header machen sollte. Das Spiel bringt einem bei, dass ein Header ein One-Shot ist. Ist es aber nicht. Ach Mann. Yo, ich bin der Neue. Oh shit. Halt. Du kommst zu mir und nicht ich zu dir. So läuft das hier doch, oder? Ja, genau. Hm? Achso. So läuft das doch hier. Ah, man kann das Stück für Stück aufheben. Das ist ja fortschrittlich. Stopp! Easy! Ach Mann. Okay, war ja irgendwie so plus minus null. Okay, halt. Hast du immer noch Zeug? Der. Jawohl. Ist das sonst auch irgendwas? Arzt. Äh. Das gefällt mir nicht. Dieser Raum? Gefällt mir dieser Raum? Wie oft sehe ich dir noch in den Kopf schießen? Wie oft? Ah. Ich sterbe. Ah, Mann. Was ist denn? Roseliger Fahrstuhl. Los geht's. Ja, was denn? Ich weiß nicht. So schnell? So voll... Der beschleunigt auch direkt so. Oh. What the fuck? Deine Intelligenz war hoch. Ja, wieso sterbt ihr direkt? Das finde ich nicht okay. Und das sind jetzt zwei, ne? Ja, mach ich! Ich stände still! Ah! Das Problem ist, an denen ihrer KI, wenn ich denen näher komme, ist denen ihre Trefferchance höher. Das Problem an meiner KI, wenn ich denen näher komme, treffe ich schlechter. Ah, Mann. So. Jetzt kriegen wir's hin. Ich spür's. Wieso ist der doof? Wieso sind andere nicht doof? Ah! Lass mich kurz nachladen. Easy. What? What the fuck? Okay, ich bin hier immerhin nicht der Schlechteste im Raum. Okay. Wie oft muss ich dich treffen? Die haben eine Schutzweste an. Ja, schon klar. Ja, halt. Will grad nicht. Das war ich jetzt aber nicht, oder? War ich das? Lol, ich kann doch was kaputt machen. Uh, ich hab zwei HP. Oh, ich hab einen down. Lol. Wo ist er? Ach so. Ach so. Wusste ich. Stopp! Warum nicht? Ah. Okay. Mit einem Schuss im Magazin reinlaufen. Das ist mein Style. Ah! Lol. Meins. HP für mich. Lol, wie viel der einfach aushält. Ich probiere immer so weiterzumachen. Wir sind noch hier in einem Medizinlabor. Ja. Gibt's hier nicht irgendwo Medical Supplies? Parker, wie schön, dich zu sehen. Ich muss dir bedanken, dass du diese kleine Diversion starten. Das hat mein Arbeit so viel einfacher gemacht. Was bedeutet das, dass du ein Freak bist? Diese Probleme haben mir die perfekte Verkaufsicht gegeben, um zu erzeugen meine Erfahrungen zu erzeugen. Wer wird ein paar mehr verletzten Miner in all dieser Verkaufsichtung? Was ist das, was ich mit den Orten zu sehen? Geh, King Pass. Herzlichen Dank, Parker. Du bist der erste, dass meine Nanotech-Schild in der Lage ist. Jetzt muss ich zurückkommen zu meinem Arbeit. Enjoy what little time you have met you and your friends. Nein! Oh Mann! Warum habe ich das getan? Das wurde ja nicht gespeichert. Yay! Musste ja so kommen. Jetzt gehen wir noch trau... Moment. Moment. Zwischenkammer. Mit... einem... Ah! Anzug. Auf 100%. Und... Na Sniper. Und... Dem Ding. Habe ich noch mal schon... Waffen übersehen? Nein. Nice. Äh... So... Ach... Du meinst diesen einzigen... Ich kann mich nicht in dieser Umgebung sehen. Es gibt keine Sicherheitskammern hier. Hm. Oh. Geh, Miner! Oh, ne. Wat? Wie bitte? Geh mal weg hier! Was sehen das? Okay. Wir haben 3 HP glaube ich dazu gewonnen. Kann das sein? Where is that? Ah, jetzt haben wir noch wieder die coole Waffe. Bleiben wir erstmal hier bei. Okay. Ich glaube da möchte ich hin. Lol! Da hinten war ein pinker Kreis. Das war bestimmt nicht K-Pack. Wir haben leider nichts was den Ground hier zerstört. Ich frage mich, ob wir noch unsere Waffen hätten, wenn wir den Arztkittel nicht genommen hätten. Weil ich meine, wir brauchen den gar nicht. Den Arztkittel. Der war glaube ich nicht von nöten. Grüne Wand. Oh nein! Ich habe die Dinger bis jetzt nicht in Erinnerung gehabt. Holy shit! Gut. Ich ändere mal kurz meine Meinung. Was haben wir? Achso. Oh nein! Bitte sterbt! Bitte! Okay. Das wurde gerade zu einem Spiel, was ich gar nicht mag. Wie? Das ist aber eigentlich schlau bei dem Spiel. Das ist jetzt sogar mal dafür sorgt, dass wir... Das ist jetzt sogar mal dafür sorgt, dass wir auch von hinten was abbekommen. Das ist schlau gemacht. Die Gegnerwellen werden nicht nur von vorne gespawnt. Wie kann ich auf einmal so stark gegenüber euch sein? Jetzt kriege ich die ganzen Waffen gedroppt. Jetzt könnten wir doch den Boden hier zerschießen. Aber nein, das habe ich schon mal probiert. Und unser Leben sieht gerade gut aus. Oh, die Waffe ist jetzt leer. Safe! Ich habe zu keiner Zeit auf die Uhr geschaut. Obwohl doch, ich wüsste eine Uhrzeit, die wir aber etwas korrigieren müssen. Da ich ja kurz weg war, was ich anscheinend weiterhin aufgenommen habe. Und ich sehe dich, Parker. Ich werde später mit dir sprechen. Vielleicht könntest du sogar beurteilt, um zu einem meiner Experimenten zu sein. Ja, nee. Gerade nicht. Ich glaube, jetzt kommen vielleicht auch nochmal Typis, oder? Jetzt sofort um die Ecke. Oh. Loading. Jetzt hinter mir. Ich mochte Nebel schon nicht in. Wie hat er sich kurz zu mir umgedreht? Hi! Guck mal, was ich kann. Mit meiner Nanotechnik. Was? Da! Ich bin so schlau! Leute sagen, ich bin schlau. Nein, nein. Ich bin so schlau. Ich bin so schlau. Ich bin so schlau. Aber ich denke mir das. Weil ich meine, muss ja, ne? Irgendwie muss es ja. Gibt es eine Möglichkeit, da dran zu kommen? Also anscheinend kann ich aus Wasser herausspringen. Irgendwie. Aber von der Wand hier prall ich immer ab. Wie taucht man? Achso. Nach unten kommen. Nun, das war simpel. Ich habe gerade die Leute gehört. Bestimmt. Nein! Das ist die Ecke, die ich meinte. Wir waren noch mit dem Schiff unter. Yeah. Ich habe doch mal mit uns, waren wir doch mal unterwegs mit dem U-Boot. Und dann wurde so der Luftbereich Stück für Stück schwächer und verschwand dann irgendwann. Das war aber gar nicht die kuselige Stelle. Das ist die kuselige Stelle. Und es ist gerade wirklich unangenehm für mich weiter zu spielen. Wenn ich euch noch zwei Minuten lang Lebensgeschichten erzähle, dann könnten wir den Part beenden. Also ich würde das wirklich nicht. Ich mag die Stelle hier nicht. Oh! Stimmt, das Ding funktioniert nicht. Geht das? Okay. Äh. Geht das? Nein. Warum zeigt es mir nicht an, was unter Wasser geht? Denn ich weiß, dass das ge... Oh! Fuck! Nein! Okay. Stark ist das. Zittern bedeutet Tod. Das muss ich mir merken. Er wird nicht der Letzte sein. Dank unseres Anzugs können wir hier so lange ausharren. Obwohl, da würde es wieder hochgehen. Ist natürlich die Frage, was da unten ist. Ich meine, da ist ein optionaler Weg, der eventuell besser... Nein! Motherfucker! Okay. Ich möchte aber kurz sagen, dass es nicht obvious war, dass man deswegen stirbt. Geht das? Nein, auch nicht. Nein, er ist weg. RIP. Nachwerden. Fischi, 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 Fischi. Fischi! Ah! Das hat nicht viele Schüsse gebraucht. Da dreht er sich um. Wie ein Bilderbuch, toter Fisch. Ja. Still there, Parker? Your persistence is beginning to annoy me. No matter. Very soon you will be irrelevant. Danke fürs sterben. Wo könnte wir gehen? Ich höre, du wundernst. Soon you will know, Parker. Also, wir oben. Yo! Ich könnte nochmal da runter, für die Waffen. Okay. Ach, der stirbt auch direkt. Ach, jetzt kommt ein Ladescreen über. Ach, hier haben wir doch auch alles, was wir brauchen. Parker, Griffin sagt, Kapek weiß, wie die Pläge verhindert. Oh. Das hört sich gut an. Ich komme da runter, um dir zu helfen. Du selbst? Hi. Moment. Warum dampft hier der Boden? Oder wenn die klettern können, ne? Wenn ihr klettern könnt, seid ihr sowas von tot. Hä, das verändert sich, wo das Zeug rauskommt? Oh, der ist schon tot. Lebst du noch? Nein. Wenn gleich irgend so ein Viech ankommt, dann ist es dran. Auch wenn die langsam schießt. Ah, okay, dafür tut's auch die Pistole. Die Laufanimation von denen ist nicht existent. Was? Könnt ihr hier hoch? Ja! 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 Wie sterbt ihr? WTF? Das ist creepy. Okay. Nicht irgendwas. Äh. Ja, hab ich. Okay. Probieren wir's mal damit. Ja. So, kann das Ding hier mal weggehen? Okay. Okay. Kein Ding. Ich komm schon klar. Ja. Los, komm. Einfach mal ein bisschen Fortschritt hier. Ein bisschen durchrushen. Okay, und wieder zurück. Wie viele Reben denn jetzt noch? Okay. Stehenbleiben geht irgendwie gefühlt schneller. Und ihr macht kaum Damage. Mh. Bitte sei Demony. Nee. 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 Lass mal. Das wird noch eklig. Okay. Zwei Wege. Ah. Ah. Ich nehm's zurück. Ein Weg. Ist das deine Taktik? Raus und rein. Oh. Pfff. Ja, das hab ich so gesagt. Wie weit geht das hoch auf drei? Ja. Auf acht. Geh weg! Da könnte ich runterspringen. Ah. Mann. Alter. Wie die die Viecher programmiert haben. Hin und her zu dackeln ist immer mega ekel. Aber wir bekommen alle verschiedenen Waffen. Hm. Ich frage mich nur wieso, ob es da einen bestimmten Grund gibt, dass man mir alle möglichen Waffen bietet. Wie? Wo kommt ihr denn alle her? Wie hab ich den hinteren getötet? Hä? Alter. Gleich reicht's. Scheiße. Jau! Ich bin gefickt. Und damit danke fürs zu sehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.